so dann wollen wir mal wintersport 2009 von rtl rausgebracht ja genau wir wollen uns das mal angucken jetzt spiel ganz unten in irgendeiner kiste gefunden beim umräumen aufräumen was auch immer das ist eine demo wir machen mal einen wettkampf was kann man hier machen machen wir beides zweimal dann weiß ich was dach ist kann ich auch mit dem controller spielen ich hoffe ne kann ich nicht scheiße österreich wir können nur österreich sein na grüzi grüzi freunde die österreicher jawoll schön mit mit gelb blauen anzügen so erstmal gucken hier die steuerung also unten ist eine taste ohne markierung ich nehme an das ist die der taste so was muss ich jetzt machen ok boah voll schwer alter was los so hier kann ich lenken und lehnen ok boah ach ich muss hier in der boah fuck ich muss hier in dem ding bleiben ich hab's begriffen boah leichter bandenkontakt alter kritische sache ist das ne hoch hier müssen wir hoch alter boah das ist ja hoffentlich hat sie dieser kleine bandenkontakt gemacht ja da können wir gleich kaffee trinken der bio war das ist ja echt hier ein potenziell das Prozent politiker das ist ja echt ein spiel du bist du oh gott boah alter haben wir 79 jawohl und das imaginäre publikum naja die eskalieren direkt frag mich warum ich beide perfekt durch die gelben dinger gefahren bin und trotzdem nur 55 bekommen hab war scheiße alter jetzt sind die menschen auch immer rot vorher waren sie noch blau gelb ja mein gott komm was passiert ach nochmal ok boah keine ahnung ich hab grad einfach nur hier an den tasten gedrückt und bekomme dafür die ganze zeit punkte ach ich muss mich glaube ich aha ja gut ich hab's begriffen ich glaube ich hab's ich muss mich immer rein lehnen in den in die bahn boah guck mal wie es los geht hier beste zwischenzeit alter seht ihr das feierabend ich muss immer so hier diagonal also was hast du immer so nach links lehnen und nach rechts lenken dass ich halt dann da reinkommen und dann nach innen lehnen boah ich hab's ich hab's raus alter na klar die österreicher eskalieren ja auch hier wie auch sonst ne also ist ja wohl klar auf dem hosenboden würde man hier normalerweise schneller runterkommen echt boah ich hatte das gefühl das war schneller als vorhin was boah drei sekunden vor a romano und noch einen lauf boah wir haben keine medaille bekommen so Mist da müssen wir nochmal hier anklotzen jetzt boah heute geht es im wahrsten sinne des wortes hoch hinaus nämlich auf die koschanze wir hoffen natürlich gut da bin ich mal gespannt ja komm hier noch los geht's boah da sind wir nicht gut gelandet ja der war echt der war scheiße oh und da sind wir noch gestürzt du gott oh gott das geht ja gar nicht da haben wir ja alles falsch gemacht hier so komm los geht's boah fuck naja alles falsch gemacht das war komplett scheiße boah ich bin 6er mensch immerhin so jetzt haben wir noch einen zweiten versuch hier äh das spiel ist glaub ich irgendwie nichts für mich vielleicht muss ich da noch ein bisschen reinkreuzten boah hier komm bobs rein ne bockst nicht mehr bock drauf muss ich echt sagen boah nein fast der beste anlauf hier das spiel nicht ganz so verstanden muss ich echt sagen aber es ist mir auch egal keine ahnung was ich hier machen muss ja so schlecht war es doch gar nicht mal ein 6er ne was wir im zweiten lauf rausholen können wenn wir da einfach reinballern dann geht es trotzdem hoch kannst immer leertaste spammen so äh 100% ach mein gott boah junge 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 ja karren flitzt ja hier durch die brauche ich die gegend leider das glaubst du gar nicht als gäbe es kein morgen du ja mensch super muss ich nur kurz hier ein bisschen rüber ziehen ich hab das spiel nicht verstanden aber gut wir sind dritter scheinen wir den ersten lauf achso beim zweiten lauf waren wir erster mit 10 sekunden und beim ersten lauf waren wir 115 meter alter wir werden wir werden als safe erster gewesen alter wir werden als safe erster gewesen wo bin ich öster oh keine medaille doch ne das deutschland ach hier doch team df hier eine bronze medaille gewonnen ja mann eine medaille gesammelt in null disziplin gewonnen einmal machen wir noch verschluck auf hier alter so und jetzt los geht's ja mann da haben wir direkt verkackt am anfang hier haben wir scheiße gebaut oh das eskaliert ja hier nur ich fahr ja voll in der banne die ganze zeit komm ich will jetzt erster werden hier nur am ende eine banne fahren boah und wir haben's wir haben's was für eine grandiose leistung und was für eine exzellente werbung für diesen sport drei sekunden vorsprung auf dem zweiten und los geht's weiß ich warum ich immer in diese drecksbanden reinfahre komm jetzt machen wir einen neuen rekord alter alter der mein schattenbob überholt mich was das was soll denn das das kann ja nicht zulassen hier dass der wie schnell war ich da unterwegs alter boah der flitzt da ja lang galda wie kein zweiter gut da bin ich ja schon eskaliert sehe ich hier ne obwohl ich da am anfang gegen die bande gefahren bin gut da war ich wohl einfach schnittlich unterwegs also ich kunde langsamer gegen diese topleistung wird sie es ganz ganz schwer haben ja mensch erster platz können wir mich jetzt auch umnen geil ja aber geil erster platz einmal gold super dann geht's jetzt weiter mit skispringen ein prachtexemplar da hab ich nicht so gut abgeschnitten warum fall ich denn da immer hin alter 111 meter und ich fall hin was soll denn das ich muss jetzt über 100 meter springen auf jeden fall damit ich erster werde weil ich nämlich schön goldmedaille holen will ich will eskalieren komm egal 119 meter was ach die werden zusammengerechnet oh 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 da haben wir nur bronzemedaille bekommen ne doch bronze so ähm 3 goldmedaille kriegen wir wohl hin komm ja hier unsere traumdisziplin bam 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 boah ich hab alle getroffen habt ihr das gesehen feierabend ja nicht die rede wert mein gott wir rasieren hier alles beste startzeit ich weiß gar nicht wie man es verhindern soll gegen die bande zu fahren weil ich einfach immer gegen diese Drecksbande fahre boah vielleicht ist doch schon wieder zu Ende hier die Strecke jawohl wir haben unseren eigenen Rekord geknackt jawoll schön na das war nicht so geil aber ja ach ach hier habe ich wieder meinen eigenen Bob wieder vor mir man ich weiß echt nicht was ich da gemacht habe dass ich da so rasiert habe alter komm das ist jetzt mein Ziel den einzuholen alter gibt glaube ich eh nix aber ah komm oh gott da hab ich scheiße gebaut ja komm der schmeißt uns denn raus der schmeißt uns denn ganz toll die Prügel raus boah ich muss mich echt hier anstrengen ich weiß nicht wie ich da schon wieder eskaliert bin ja mein gott nach einem abermals überragenden zweiten Durchgang ist der erste Platz die angemessene Belohnung und jetzt noch Skispringen oh nein ah lol da habe ich ja richtig verkackt da habe ich richtig verkackt und 91 Meter gemacht oh Eckart dankeschön warte jetzt habe ich im ersten Durchgang nach einem doch recht vielversprechenden Anfang 35 und im zweiten 93 gut da habe ich verkackt aber in der Gesamtwertung sind viele Zweiter na gut egal komm das war es mit der Folge Jungs und Mädchen Mensch das Spiel kauft es euch hier seht es nochmal Wintersport 2019 the next challenge RTL die Demo Version ist übrigens nach dem Release des Spiels rausgekommen die waren nämlich in der Computerbild Spiele in der ersten des Jahres 2009 das Spiel kommt glaube ich 2008 raus und deswegen geil tschüss